Nichts sagende Stelle... Hallo, hallo, mein liebes Freundes ich lieber zurück zu Minecraft live in The Woods ich bin Onkel und bin wieder auf dem Server von CEDESPINS aber mit dabei ist der Andi von Lost The Park Hi! Ich mag Züge Und Lost in Park findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung den Link zu seinem Kanal. Guckt mal drauf. Ist ein lustiger Typ. Bisschen schwarzer Humor schadet niemandem, außer er verträgt keinen schwarzen Humor. Little Psycho, aber passt schon. Ja, noch so ein ganz klein wenig, wenig, wenig. Weil er es auch psychisch rüberkommt. Nur so ein bisschen. Genau, so ein kleines bisschen. So, ich brauche die Morte. Ja, Cedes ist ins Bettchen gegangen. Ihm lagen Kopfschmerzen. Das Typische, was halt Frauen plagt, ne? Ja. Solange sie keine Bauchschmerzen hat. Oder Morgenüberkeit. Genau, dann ist eigentlich alles im grünen Bereich. Mit der lieben C des Bins. Selina. Seline. Ich brauche ich da. Ich brauche Erde. Ich mache gerade Erdschaufeln. Schauf Erdeln. Mein Herz, mein Herz. Und es wird schon wieder dunkel. Ja, ist doch immer so. So, wir fangen dann halt eben Schale. Nämlich Schale. Obwohl Mercedes ist ja dann ist ja eigentlich auch ein Frauenname. Also Mercedes Bins. So. Ja. Weil ich glaube der Typ der Mercedes erfunden hat. Nee, nee. Nee, da erzähle ich jetzt Quatsch jetzt, oder? Dass die Tochter Mercedes genannt hat, oder so? Nein, nein. Das war jemand anders. Ja, irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie. Ist mir da im Hinterkopf das irgendjemand? Ja, da habe ich doch. Da. Okay, ich gehe mal nach Hause, weil da ist ein Zombie. Schwerter. Zombie. Töten. Ähm. Problem, wo ist zu Hause? Da, wo du dich zu Hause fühlst. Bäh. Alter, bin ich erschrocken. Ich laufe ins tiefe schwarz und dann kommt noch immer ein Zombie. Gronkh. Gronkh? Ich habe gedacht, da steht Gronkh hinter dir, weil so. Oh. Man hat sich ein paar Eier. Ein paar Eier. Vielleicht kommen da ein paar mehr Hühner raus. So, ich bin zu Hause, ich werde jetzt ins Bett hüpfen. Machst du mit? Okay. Ey, Alter, wie kommt der Schade? Achso, ihr habt ja den Schaden ausgestellt von den Creeper. Okay. Ja. Wow, aus so vielen Eiern kam nur ein Chicken raus. Okay, immerhin habe ich drei Hühnchen. Krass ist, wenn man kein Glück beim Eierwerfen hat. Ich liege im Bett. Ich liege auch gleich im Bett. Erstmal richtig wieder in Reindrücken, ne? Und dann sieht man, Serverback ab. Oh, jetzt sehe ich das. Genau. Nett im Chat verpackt. So. Ich habe das, ähm, habe ich irgendwo noch Bricks. Bricks. Ach nee, das war ja Nein. Aber wenn ich das, achso, das muss ich ja gleich machen. Pief. Pief. Da habe ich ein Pot, da habe ich die Mixing Bottle. Bottle? Bone. Aber ich habe kein, da habe ich Klumpi. Brenne! Brenne! Brenne stärker! So. Da kommen wir doch ziemlich, ziemlich weit voran. Einmal mit dem Dach. Hallo, Creeper! Das Problem ist hier, ich komme immer durcheinander, was ich jetzt während der Aufnahme schon gemacht habe und was ich neben der Aufnahme mache, in den Aufnahmepausen hier schon. Ich werde es auch jetzt nochmal erzählen. Also ich habe hier, alles werde ich hier mit Erde auffüllen und will mir hier ein kleines eigenes Feld anbauen, das ich eben, ich weiß nicht, ob ich das schon im letzten Part erwähnt habe oder ob ich das in der Aufnahmepause zu Cetus gesagt habe und zu Andy. Ich weiß es nicht. Deswegen habe ich lieber nochmal wiederholt. Das ist Standard mit Gehirnen. Die lassen nach mit der Zeit. Man muss manchmal sehr schlucken. Gehirn! Ja, in meinem Alter darf man auch schon mal das Gehirn verlieren, denke ich mal. Ja, ich verbaue meinslich die ganze Zeit schon die ganze Zeit immer im Bett. Ich weiß auch nicht, warum. Wo mache ich den auf? Ich habe hier noch ich habe hier noch so ein Gehirn im Inventar. Möchtest du das vielleicht haben? Es ist zwar grün und verfault, aber ich denke mal es funktioniert immer noch besser als Zähns. Ich habe genügend Hörne. Bei mir stapeln die sich schon bis unter die Decke. Ach Mann. So, ich werde ein bisschen kochen. Meine Cooking Skills auspacken. Meine Erde. Ist schon wieder alle. Schon wieder. Ah, da ist ein Creeper gestorben, den ich erschossen habe gerade eben vorhin. Gerade eben vorhin? Ja, ich habe vorhin einen Creeper erschossen. Aber nicht gerade, sondern vorhin. So vorhin, ja. Okay. Vorhin halt, ne? Gerade vorhin. Nein, ähm, ich nehme einfach hier mal so. Achso. Weiß? Ja, so. Neeein. Klick, klack, klack. So viel brauche ich ja gar nicht mehr Erde. Aber ich werde mir diesen Hügel noch abbauen, dass das wenigstens so. So. Dass das in die Landschaft passt, ne? Joä. So, ähm, brauche ich noch ein wenig Weizen? Denn ich werde mal was hör auf das zu versuchen zu essen. kriegst nix. Du musst hungern. Wir sind auf Bulimie. Wir machen Bulimie-Diät. Schon so viel Weizen wieder? Brauchst du ein bisschen Weizen? Ähm, ja. Wäre schön. Ich habe ein bisschen über zwei Stacks. Wäre nice. Wäre nice. Wo bist du? Bei dir oben, ne? Ja. Aber lass dir noch Zeit. Ich mache erst mal ein paar Pizzen. Oh, Salomeo. Backe war ich hier. Nein, ich habe doch zu wenig Erde geholt. Ich kann es nicht glauben. Jetzt muss ich wieder los. So, was brauche ich für die Pizza? Brauche ich den Duff. Dann brauche ich Wasser und Mehl und die Mixing Bowl. Die Mixing Bowl habe ich, glaube ich, hier. Braucht man auch einiges zum Kochen. Kann man den nicht eigentlich auch irgendwie da draufpacken? Hat deut'n noch. Nein, leider nicht. Schade. Ähm. Wasser. Ich brauche noch Salz. Irgendwo habe ich noch ein bisschen Salz. Und Salz ist bei mir Verbrauchsgegenstand Nummer eins teilweise. Weil ich habe mir richtig viel Käse gemacht. da, ich habe da drei Salz. Habe ich noch ein bisschen Salz? Stein Salz. Äh, Peter? Nein. Zack, zack. So ein bisschen. Da. Alter, ich habe so wenig Salz wieder. Ähm. Das, das. Das und das. Ja. Das ist braucht nur Okay, und das sechs Stück haben nur ein einziges Salz gebraucht. Nice. Ähm. Okay, dann brauche ich noch Tomate und To. Martinsalat, Tomatinsalat, To. Martinsalat, Tomate, 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 Martinsalat. Also ich muss langsam anfangen anzubauen. Weil mir geht dieses Hunger langsam ein bisschen auf die Nerven. Was brauche ich? Was brauche ich? Ich habe das, ich habe das, ich habe das, ich brauche Käse und brauche noch Schwein. Hühnchen. Ich muss in den Dschungel. Ich brauche unbedingt Dschungel. Du brauchst Dschungel? Ja, da bekomme ich Tofu her. Okay. Nein, ich habe kein Schwein. Ich werde zum Schwein. Ja. So, ähm. Was wollte ich tun? Das wollte ich tun. Hä? Ach, das ist doch Kacke. Das waren das bloß solche hässlichen normalen Cobblestone Pressplatten. Sag mal, die Pressplatten können die eigentlich auch Creepern so auslösen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Zombie auf die geht dann meine Türe auf, ne, oder? Ja. Also baue ich die lieber nach innen. Gut. Hm. Hm. Ah. Tschüss, Rucksack. Da mache ich doch lieber... Packe ich mal da rein. Diener ist wie das. Mach ich doch lieber Diener. Wo haben wir es denn? Die hier? Wo haben wir es denn? Da habe ich noch ein bisschen Salzmeer. Das packe ich mit rein. So. Und das Einzige, was mir fehlt, ist Schweine. Und ich meine, ich war der Auffassung, ich hatte Schwein. Also Schweinefleisch. Ach stopp, kann man nicht auch Pressplatten mit diesem Holzmanns... äh, Zimmer? Ja, kann man glaube ich auch machen. Ah. Wonderful. Jetzt habe ich natürlich wieder... Hm. Ne, hab noch hier. Gut. Ich spreche in halben Sätzen, ich weiß. Es tut mir leid. Kein Thema. Ich mache erst noch ein bisschen was... Erstmal anderes zum snacken. Erstmal die frische Lagermilch holen. Da ist er. Das ist nämlich ganz clever. Oh, meine Klack, Klack. Zirk, 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 zirk. Und warum habe ich denn die? So. Sieh das jetzt. Okay, was war das? Ich habe gepustet. Weiß nicht, weil ich gerade mit mir nicht so richtig einig werde, ob ich die Tür außen baue, nach außen hin oder nach innen baue. Also, weißt du, die kannst du doch in verschiedenen... Ja, Richtungen ausrichten. Genau. I saw you, I see you. We swim you entgegen. Oder hinterher. Ich? Ja, klar. Ja. Ich dir schwimme hinterher. Warum? Ja, ich dir ja geben wollen, was tun. Ach so. Tut und tun. Hallo. Wo du sein. Ach ja. Hallo. In... Nein, eigentlich das nicht, aber... Hier. Was ist denn das? Cornflakes. Oh, geil. Ja. Die heilen, also die füllen zwei auf und vier extra. saugeil. Oh, Weizen. Ja. Warum isst du denn nicht? Du darfst keinen Zaun direkt anschauen. Also, die sind effektiv, wenn du, wenn du um einiges voll bist. Krass. Ja. Ähm. Musst du zwei Sachen wegschmeißen. Na klar. Ähm, das zum Beispiel. Und dann... Ne, die Blume will ich nicht. Das will ich. Korn. Cool. Ne, die werde ich mir auch mal anpflanzen. Ja. Ähm, daraus kannst du ja die Kornflakes dann machen. Okay. Geil. Danke dir. Bitteschön. Boah. Mein... Mein Retter gerade gewesen, weil ich war typisch verhungert. Ziemlich, ziemlich hungrig. Richtig. Wie macht denn ihr die Türen immer nach außen oder nach innen? Ich bin jetzt gar nicht so... Ich mach's immer nach, äh, also, dass die nach innen aufgehen. Hm. So, ich weiß, ich weiß gerade nicht, wie lange wir schon aufnehmen überhaupt. Ähm, 15. 15 Minuten. Ja, haben wir noch ein paar. Haben wir noch ein paar Minuten? Jo. Darf ich noch nachbleiben? Ich, ich, ich leg mich mal im Bett. Ah, ja, gute Idee. Moment, ich mach ja noch Dings. So, ähm, Bett, da. Ähm, Bett, da, jetzt. So, guten Morgen. Guten Morgen, liebe Sonne. Oh, hallo, 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 So, ich mach mir mal kurz ein bisschen auf den Weg und such mir Schweine. so, okay, dann kann ich ja jetzt marmorieren. Marmorieren? Na, das sieht doch schon mal edel aus. hat er noch eine Marmor-Ausbildung. Ha, ha, ähm, ähm, Schwein. Nur bei, ach, guck mal, ach, geil, ähm, du kannst diese, diese Steine mit diesem, wenn du das mit dem Zimmermanns, äh, Holz machst, ne, diese, diese Druckplatten, und dann kannst du mit dem Hammer mit der rechten Maustaste, und dann kannst du bei allen aktiv, nur bei Spielern aktiv, nur bei Monstern aktiv, und nur bei Tieren aktiv. Das heißt, du kannst ausschalten, dass die, die Monster nach Hause kommen, in der Hausparty feiern. Richtig. Geil. das wäre das, das wäre das, das ist ein Schwein. Dann kannst du die Dinger nämlich nach außen machen. Geil. Geil, geil, geil. Kommst du, Schwein? Aber du bist, du bist richtig gierig auf die Karotte. Ah, du, du liebst die Karotte. Sieh ich dir doch gleich an. Haha, ich hab die verarscht. Okay. Langsam geht mir der Bug auf den Sack. Umgekehrter Redstone Output, und normaler Redstone Output. Kannst du auch umstellen. Also, dann heißt es umgekehrt, dass das schon gepowered ist, und dann, du den, äh, nur ausschaltest, und dann wieder einschaltest. Joa. Nice. Ich nehm mir noch ne Leine mit. Geht's? Vielleicht. Einfacher, wer weiß. Weißt du mal noch was essen? Und dann suchen wir uns das zweite Schwein, und züchten ein paar Schweinchen. Ich weiß, ich hatte eigentlich Schweinefleisch. Fußmann? Aber ja, irgendwer, irgendwer, ich glaube, ein Schweinefleisch. Oh, Fußmann-Style. Und bei den, äh, Zimmermannsblöcken kannst du sogar noch mal, wenn du, wenn du schon den Boden gelegt hast, kannst du noch mal, draufklicken, hast du sozusagen Teppich. Ja, kannst du, äh, Buster reinmachen, das meinst du. Ja, hast du ne zweite Schicht drüber. Ach so. Ja. Du kommst mit. Dich hab ich ausgewählt. So, nur bei Monstern, nur bei Tieren, nur bei allen, äh, nur bei allen. Nur bei allen. Och, das löst nur bei allen aus, ne? Also, bei dir löst es nicht aus, nur bei allen. Wer ist denn alles? Wer ist denn alle? Ja, alle außer dir. So, Fußmatte, super. Gefällt mir. Saugeil. Der Schweinefleisch ist auch saubrav. Viehzweck, Das, das folgt mir ohne zu morden. Das muss noch irgendwo hin. Du kriegst ne Karotte und du kriegst auch ne Karotte. Und ihr dürft euch lieb haben. So. Couscous, Baby. Babyschweinchen, ja. Boah. So, jetzt muss man mir eventuell ein bisschen auslernen. Was kommt denn als nächstes dran? Was kommt denn als nächstes dran? Ach, stopp, ich muss ja draußen noch mein Feld zu Ende machen, äh, meine Wiese zu Ende machen. Das hab ich jetzt fast vergessen. Schätzelein. So. So. Wandere full. Deko. Deko hat auch noch. Hier bin ich. Hier bin ich. Kommt her. Ähm. Und schnell wieder raus. Fein. So, wie viel Schwein habe ich bekommen? Drei Schweine. Also kann ich drei Pizzen machen. Nice. Zaun des Zimmermanns hätte ich gern. Wie funktioniert die Kacke mit dem Zaun des Zimmermanns? Du setzt den Zaun und tust den Block äh, placen. Ja, aber man muss erst mal wissen, wie man den, den baut, den Zimmermannszaun, ne? Mit Zimmermannsblöcken. Äh, Zauntor? Hä? Tomate? Ah, na, ich habe keine Tomate dabei. Was haben wir denn hier? Hier haben wir, ach, hier ist ein Zaun. Barriere des Zimmermanns heißt das. Aha, oder? Ja, kann wirklich sein. Das wird gebaut mit zwei Stäbchen, zwei Blöcken. Oh, du, die. Bitte war es nicht hier? Nein. hier ist das. Okay. Das, 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 das und das. So, gleich? Drei Pizzen. Drei super, awesome, coole Pizzen. cool. Schon noch vergessen? Ich muss mal gucken. So, aber ich würde es sagen, so langsam weißt du es auch mit der heutigen Folge nicht, dass das alles noch ausartet und wir eine fünf Stunden Folge haben. so vorschlagen, oder? Klingt gut. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, wenn nicht, lasst halt keinen da oder drückt einen Daumen nach unten, wie auch immer. Bewertung ist Bewertung. Kann jeder bewerten, wie er will. That's right. Und, äh, schaut auch beim Onkelchen vorbei. Und natürlich auch beim Cedis. Er macht ein paar Videos. Äh, beim Cedis, das war schon. Ja, beim Cedis natürlich auch, aber auch beim Andi, also beim Lust im Park. Ja, also, wenn ihr wollt, könnt ihr vorbeischauen, wenn nicht, schaut halt nicht vorbei. Ihr guckt, wenn ihr, ihr guckt auf jeden Fall vorbei. Nicht nur, wenn ihr wollt, sondern ihr guckt jetzt mal vorbei. Ja, mal sehen, ob sie es tun werden. Also dann, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss und haut rein. Tschüss.